Marco Marco Marco, Marco, Marco 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 Ja, was ich euch gerade versucht habe auf Marconisch zu erklären Mir ist klar, dass viele von euch die Sprache nicht beherrschen Ungläubige gemeinhin Ist, dass ich gerade in einem Walkthrough nachgucken musste Und die Lösung ist mal wieder so einfach, so offensichtlich Es tut mir wirklich leid, aber ähm Diese Mechanik von Wand zu Wand zu springen ist ja neu Und ich, ich, äh Ich hoffe mal her verständlich dafür, dass ich Genau darauf meistens nicht achte Weil, äh Ich es nicht gewohnt bin einfach Okay, ähm So, die Lösung war so am Ende doch ganz einfach eigentlich Äh Jetzt wiederum frage ich mich doch, was, äh, hier los ist Kann ich nach hinten abspringen? Bringt mir was das Bringt mir das was Sieht so aus, als wäre das nicht die Lösung Was ist denn dann die Lösung? Nun, äh Um es, äh, mal zu erklären In der Sprache meines Volkes Marco, Marco, Marco Was war das denn für ein scheiß Anfang? Ich glaub den Anfang Ich glaub den Anfang muss ich mir in 10 Jahren noch irgendwo ansehen Es tut mir leid Es tut mir leid Es tut mir alles leid Dieses ganze Let's Play tut mir leid Es wirkt wie ein schiefgegangenes, äh, Genexperiment Aber, äh, ich mein das wirklich ernst Das ist, das ist, das ist, das ist Das hier ist mein Let's Play, schau nur Das ist, ich, ich hab hier so ein Let's Play gemacht Und alle nur so, nein, das ist kein Let's Play, Marco Das ist, bäh Dafür ist doch die Toilette da Ähm, nun ja, auf jeden Fall Wollen wir nicht, äh, okay Okay, ich kann jetzt durch Wände gucken Ich bin voll der King, Alter Äh, wollen wir nicht weiter Zeit vertrödeln und verplemporen Sondern, äh, es ist viel mehr in unserem Interesse liegt es Kann ich da drauf? Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Zum Glück war da der Quick Save da oben, ne? Sonst müsste ich jetzt wieder von unten, äh, äh, Marco, Marco, Marco Wo waren jetzt die beiden Wände? Die beiden Schuldigen Sie hätten auch mal rufen können oder so Einfach mal so Hinweis, hey, Marco Du hast uns noch nicht überprüft Und dann ich so, ah, okay, stimmt, danke, Wand Aber nö, stattdessen durften wir erstmal 10 Millionen Jahre Ungefähr, ich hab das nicht genau nachgerechnet Kommazahlen, äh, können abweichen von der Realität Und dann vergesse ich meinen Satz Mittendrin, während ich nur am Reden bin, vergesse ich einfach, wie der Satz weitergehen sollte Ich glaube, der sollte gar nicht weitergehen Ja, das war ne Sackgasse Eine Satzgasse Kennt man ja Kennt man ja Ist allgemein bekannt Genauso wie allgemein bekannt ist, dass man an dieser Säule hier hängen kann Und dann hängst du erstmal rum Fragt sich natürlich schon Warum häng ich hier rum? Nur ist es ganz einfach Ähm, um dorthin zu kommen Fragt sich natürlich schon, warum komm ich dorthin? Ist auch ganz einfach, um dorthin zu kommen Stellt sich natürlich die nächste logische Frage Ist natürlich Und die Antwort lautet Arsch Hier läuft grad einiges aus dem Ruder Also fällt bei mir gar nicht mehr auf Ich dachte Die meisten Tode, die ich in Spielen habe, werden danach von einem Verblüfften, ich dachte Gefolgt Äh, ne 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 Und jetzt wollen wir hier rüber Ah, cool Wand hat hitten, kann man sich dranhängen Und dann wollen wir hier an diese Säule Das ist keine Säule, Marco Das ist ein Vorsprung Okay Das ist ein Vorsprung Tut mir leid, kenn ich nicht Meistens häng ich irgendwie hinterher Vorsprung, das ist ein mir vollkommen unbekanntes Konzept Oh, hi Du bist schon ein bisschen groß, findest du nicht? So generell? Ja, natürlich Du bist schon ein bisschen groß gewachsen Spielst du vielleicht Basketball? So, sieht doch so aus, als könnte man vielleicht auf diese Säule da Ja, das ist im Bereich des Möglichen Wo immer dieser liegt Der Bereich des Möglichen, Leute Der Bereich des Möglichen An diesem muss allerdings noch gearbeitet werden Okay, kennt ihr nicht Ähm, kennt ihr nicht Naja Und das wird sich schon bald ändern Abgesehen davon Springen wir mal zu dieser Latte dort Es ist früh am Morgen Das ist okay Wow Alter What the Oh nein Das war geil Ich glaub ich sollte da weg Ah, das war's aber mit dem Rasierkling, oder? Ja, die scheinen nicht mehr aufzutreten Geilomatico Supergeilomatico Wow Das wär hart gewesen, wenn ich da gestanden hätte Voll rumgesteuert So, wollen wir erstmal einen Pokal holen Weltmeister Yay Okay, der Weg ist versperrt Cool gemacht übrigens an der Stelle Ich muss ja Und jetzt, ähm Das war mein Quotenlob Ich muss in jedes Video Nein, äh Jetzt würde ich da gern wieder Wieder raus Wie komm ich am ehesten raus Erstmal gucken, ob nicht irgendwo zufällig zwei Wände nebeneinander stehen Nee, das ist nicht der Fall Ah, ja Okay, Leute Geil, man kann auf den Klingen drauf Kann ich jetzt auch zur anderen Klinge springen? Nee, leider nicht Wär aber auch ziemlich cool gewesen Okay Ich hab keine Schrotflinte mehr Wir werden also mit den nächsten Mistviechern Auf konventionelle Weise klarkommen müssen Die ist doch Schf Ja, ich wusste doch, wenn ich das gesehen hab Noch eine? Da 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 Ich erwarte eigentlich schon weitere Spinnen, wenn ich jetzt gleich mein, äh Mein Ding da reinsteck Also, meine Meine Platte No, dann wollen wir mal Passiert bei Sim nix, nix gruseliges Oder schlimm ist es also So, äh, das war die gelbe Platte Da ist der gelbe Der gelbe Die gelbe Platte Das war so nah Asiate mit Klatze Was? Das wollte ich nicht sagen Das war nicht beleidigend gemeint Wirklich nicht Okay Ich dachte für einen Moment, ich hätte da einen bösen Buben gesehen Ups Ist das nicht, ist das nicht, wo wir herkommen? Ah, ja, aber wir haben den Schädel gesammelt Haben wir einen Schädel gesammelt? Ich weiß das grad gar nicht mehr Wir werden es relativ schnell feststellen, würde ich behaupten Oh, fuck Fahr weiter Scheiß drauf Ups Einmal zu viel geschissen Meine Freunde Einmal zu viel geschissen Achso Ich dachte da für eine Sekunde Mein Motorrad wäre eine Spinne Ja, das denke ich häufiger Was, das klingt wahnsinnig Ich bin Marco Hallo Ich bin noch nicht wahnsinnig Okay, aber kurz davor Naja, solange das Viech Weiß eigentlich jemand, warum zu Hölle Spinnen acht Beine haben? Ich meine, okay, Beine ist nie verkehrt Ja, so evolutionstechnisch Aber Aber acht Warum acht? Das sind ja vergleichsweise viele Ja, gibt ja nicht so viele Leute, die ich kenne mit acht Beinen Okay, noch kamen sie nicht Wir fahren sofort weg Wir fahren sofort los Wir fahren sofort los Hier sehe ich soweit auch keine weiteren Spinneleins Ich fahre trotzdem Vollgas Ich befürchte aber, wie gesagt, dass uns was fehlen könnte Weil ich kann mich gar nicht daran erinnern Dass wir irgendwie diesen, so einen Kopf eingesammelt hätten Diese Köpfe haben es bei mir aber auch nicht einfach Ich meine, ich bezeichne sie wahlweise als Affenköpfe Manchmal sind sie auch Totenköpfe Habe ich deshalb Affenköpfe gesagt die ganze Zeit? Wegen dem... Ja, wie gesagt Ich vermute uns fehlt ein solcher Schädel Ich bin da ein bisschen vorschnell gerade aus dem Hauptraum vermutlich entwichen Und muss nochmal durch die Spinnen Wenn ich so drüber nachdenke, wir können auch ohne Schäden Es gibt da bestimmt irgendwelche Cheats Nein Ah Dann ernst Ich sehe nichts Und das ist vielleicht doch ganz gut Danke Kameramann Super gemacht Da ist noch eine Okay, aber die ist ein bisschen in Nicht gerade in unserer Proximität Was bedeutet, dass sie nicht in unserer Nähe ist Es gab keinen Weg, das simpler auszudrücken Huah, Hezze! Achso, okay, bin richtig Das Ding da geht hoch Und wir suchen nach so nem Schädelding oder Kopfding oder wie auch. Das ist nicht dein Ernst, Lara. Ich glaube, sie meint es ernst. Wir suchen nach so einer Art Kopf. Ich suche schon seit längerem, seit Folge 1 dieses Let's Plays, nach so einer Art Gehirn. Und konnte immer noch nicht seine Anwesenheit feststellen. Aber naja. Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Außerdem, den Rest des LPs, das ging auch ohne Hirn. Und jetzt plötzlich brauchst du Hirn, was? Scheiß neumodischer Kram. Oh! Ist das euer Ernst, ihr Wicca-Motamoto? Wo bist du? Was? 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 Deck! Ich hau ab. Ich will mit diesem Gang nichts mehr zu tun haben. Tschüss. Wo kommen die denn her? Ja, alles klar. Jetzt zur Sache, die mich gewundert hat. Wir haben alle vier reingesetzt. Und wir haben alle Drohne bis zur Mitte hin verschoben. Halt doch die Klappe. Das war cool. Spinne, du hattest gerade den Kamera-effektivsten Tod aller Zeiten. Aber abgesehen davon, wir haben hier alles festgemacht. Äh, auch die, die Drohne haben wir verschoben. Damit können wir auch gar nicht mehr interagieren soweit. Also, frage ich mich doch, was, äh, was hat mir das gerade gebracht? Alter, cool. Wusste gar nicht, dass das geht, aber was hat mir das gerade gebracht? War keine gute Idee, sich hier fallen zu lassen. Finstere Spinneleins. Also, lass mal überlegen. Weichen in dieser Tisch. Das ist vermutlich die Tür, wo ich hin sollte. Nope, das ist eine der Platten, war da zu holen. Genau, das war es mit der Kiste. Hm. Da geht's auch nicht weiter. Das da ist der Rückweg. Ah, da waren immer noch diese beiden... Stimmt. Ähm, ich hab doch mein Motorrad dabei. Kann ich vielleicht? Wenn das nicht geht, dann ist das hier ein ziemlich unlogisches Spiel. Das wäre, es wäre wirklich schade. Weil wenn es geht, ist es ein cooles Rätsel, wie ich finde. Es geht. Alles klar. Motorrad dorthin. Ich kann nicht, äh, nicht gut einpacken. Motorrad dorthin und Lara dahin. Danke. Danke. Ich fand das Rätsel cool. Die Lösung war halt so... Interaktion mit Fahrzeugen wurde uns näher gebracht als jemals zuvor in der Tomb Raider Serie. Alter. Ja, ist auch so, ne? Das ist der offizielle Untertitel der Serie. Alter. Massive Möpse. Ja, das ist... Egal, wir laufen weiter. Ignorieren diesen, äh, finsteren Kommentar eines unangekündigten Markus, der kurz vorm anderen Ende des Raums hier reinbrüllte. Das war nicht ich. Ähm, findet ihr nicht, dass das hier ein bisschen... Ist nicht langsam tief genug? Ich frag nur. That's what she said. Scheiße. Okay. Wieso bin ich denn eigentlich... Ah, ich bin so doof. Das dauert aber sehr lange hier. Aber schöne Interaktion mit Fahrzeugen. Ja. Ich vermute mal, wir sollten das Motorrad mitbringen und dann dauert das auch nicht so lange. Ich find's lolig, wie sie da so abspringt. Lop lala, 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 Im Frühjahr zu werden, im Frühjahr zu Grabe wir tragen werden, schalala, lala, 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 lala. Wir wandern in den Sorgen, kämpfen gegen Spinnen, lala, 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 lala. Oh, 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 oh. Ihr könnt viel mit mir machen. Das geht so weit. Nein. Nein. Oh nein. Leute, ihr wisst nicht, welche Wügereien ich hier gerade zu überwinden habe. Ich habe keine Schrotzflinte mehr. Ich habe keine Munition mehr dafür. Junge. Warte mal, ich gucke gerade was auf meinem PDA. Ah, ich schlade mir aber kurz vom PDA das Sturmgewehr runter. Alle Fragen beantwortet. Okay. Wie ich die ganze Zeit mit der Pistole... Das macht mir keiner nach. Darf ich das nochmal probieren? Ne, dann wird es uncool. Ähm, wie ich die ganze Zeit... Das coole war ja, wie nebensächlich ich das gemacht habe. Also, ja genau, erklär den Witz. Ähm, wie ich die ganze Zeit versucht habe, mit den Pistolen zu kämpfen. Weil ich mir so denke, nein, die Frostfeld ist leer. Aber... Dabei habe ich ja noch andere Zusatzwaffen. Gut, das ist nur halb so cool, wie ich dachte, es würde werden. Aber... Geht viel, viel schneller als zu Fuß. Ist das euer Ernst? Okay, ich vermute hier... Da ist der ja. Der Schädel. Da ist der ja. Aber... Da geht es weiter. Ich weiß nur nicht, ob wir da weiter sollen. Oder ob das so eine... Bestrafung ist. Für Trottel, die weitergehen. Ich glaube, wir sollten da weiter.